Willkommen, willkommen zurück zu Batman Arkham City, mit mir Peter Boss von Creed.de und Cat-Wöinchen. Ich hab keine Ahnung, was das für ein komisches Ort war gerade. Ha! Ah, vergessen wir das mal direkt. So, was zur Hölle müssen wir tun? Irgendwas müssen wir tun. Man weiß es nicht so genau, aber zu Ivy sollen wir offensichtlich nicht mehr. Wir sollen in diese Richtung. Okay. Okay, dann gehen wir doch mal in diese Richtung, hä? Ich glaube, ich werde niemals kapieren, wie ich die steuern muss. Das ist ein bisschen schade, dass sie das so unterschiedlich von Batman gemacht haben. Es hätte sich wunderbar angeboten, einfach genau dieselbe Steuerung zu machen. Auf der anderen Seite, jemand, der nicht so komisch spielt wie ich, der hat bestimmt total viel Spaß daran. Unterschiedliche Steuerungsformen für Charaktere in ein und demselben Spiel zu haben. Ich persönlich bin einfach nur furchtbar irritiert von der ganzen Geschichte. Okay. Was sagt denn eigentlich die Karte? Okay, wir haben noch... Wir haben noch ein Stück vor uns. Yay! Das stand gut. Das stand ich jetzt gut gemacht. Möge sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, gut war es immer noch nicht. Bin ich ein bisschen blöd, oder was? Wo ist der noch mal? Da. Das ist meine Cat Vision. Rast halt mal aus, Mädchen. Catwoman und Poison Ivy arbeiten zusammen? Das ist ein verrückterer Mann. So verrückt ist es doch gar nicht. Zwei starke Frauenfiguren. Überhaupt nicht sexualisiert oder so. Auf der anderen Seite, Batman ist so ein Fleisch-Monster. Der ist eigentlich auch schon ziemlich stark sexualisiert. Poison Ivy, über. Roger that Tiger 87, hold your position and away orders, über. Affirmative. Set up a perimeter. Ups. Das ist jetzt irgendwie gerade nicht so sonderlich elegant. Nein, ich Idiot. Ich versuche den Shit da zu lesen. Warum geht das nicht? Achso, weil ich die falsche Taste drücke. Jawohl. Hauen wir den erstmal auseinander. Jawohl. Sehr schön. Okay, okay, okay. Ich gebe es zu. Ich beherrsche ihn noch weniger als Batman. Ja, ja, ja. Egal. Schauen wir mir gerade bei Waintec rein? Nein, nein, schauen wir nicht. Ich glaube, du hast einen Tunnel in die Stranges Vault, below ground. Ähm. Below ground. Klingt prima. Dann hoppen wir doch mal hier runter in die Abwasserkanäle. Und checken das mal hart ab, was hier so abgeht. Was es hier so gibt. Jetzt mal ganz ehrlich, ich wäre eigentlich total dafür, dass das nicht nur Batman seine eigene Reihe hat in diesem Format, sondern alle. Okay, da ist der Vault. Sieht aus wie ein standardes 3-Card-Sekurit-Protokoll. Wirklich? Du denkst, diese Leute würden jetzt schon gelernt haben. Hoffentlich sind die Chancen da unten. Deep in den Pockets dieser Tiger-Guards. Das ist immer unnötig. Oder? Auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite ist es nicht auch ein bisschen seltsam, dass man sich tatsächlich so mehr oder weniger darauf konzentriert. Protobox! Ich depp. Ich werde es Spaß machen, dein Gehirn, Miss Kyle. Danke. Kann ich mir vorstellen. Eigentlich ist es auch ein bisschen seltsam, dass man sich so viele Gedanken darüber macht, ob du jetzt ein leiblicher Charakter sexualisiert dargestellt hast oder nicht. What the fuck do I care? Es ist halt eben ein bisschen schade, wenn das irgendwie so darauf reduziert wird, klar. Aber ansonsten... Nein, 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 nein. Nein, nein. Gottverdammt. Jawohl. Können Katzen so an Decken laufen? Ich glaube nur unter bestimmten Umständen. Nicht als Grundsatz. Ganz unauffällig. Hört niemand. Das leiseste Gitter. Jemand. Wo muss ich hin? Da geht unser halbwegs auf dem richtigen Weg. Dadurch. Swiggydy-swooty. I'm coming for the booty. What's wrong with you, Selina? Trying to leave without retrieving your precious loot from strangers vault. Ist echt wahr? Shit. Wo ist das denn? Ist das da hinten? Wahrscheinlich ist das da hinten. So, wie war das? Ich darf auf gar keinen Fall gesehen werden. Das heißt, wenn ich jetzt hinter denen runterfalle... Muss ich noch mehr Karten sammeln? Jawohl, ich muss noch mehr Karten sammeln. Da glitzert noch ein Hintern. Wie weit läufst du? Weit genug, würde ich behaupten. Darf ich jetzt hier raus? Ist das jetzt der Plan, oder? Romisch lang. Checken wir das mal gerade. Nein? Immer noch da hinten? Ja. Wie weitläufig. Psch psch psch. Ist sehr gut, ich hab's sehr verstanden. Warum sollte ich auf dem Boden rumkriechen wollen, wenn ich hier oben lang gehen kann? So, da muss ich rein, nehme ich an. Iku, Iku, Iku. Uh. Wahrscheinlich führt das jetzt wieder... Ah, ups. Ich habe die Tiefkarten. Next stop open the vault from the control room Ah, okay, the control room is... What the fuck? Holy shit, hat der mich erschreckt Oh, meine Güte Halt die Fresse Dein Bart ist nicht beeindruckend genug Um mit mir sprechen zu dürfen Es macht die Hitze, okay Es macht die Hitze Muss ich die Dinge jetzt noch... Ja, bestimmt muss ich die Dinge jetzt noch mal sammeln Warum hüpfen nicht irgendwelche Kleine schwarzen Katzen an mich dran, wenn ich das hier schaffe? Das irritiert mich Fuck, fuck Verändert es so wunderbar funktioniert, ohne dass ich auch nur mich eine Sekunde umschauen musste Und jetzt, ähm, ja Und jetzt mach ich sowas So, swuschen wir mal hier oben lang Na ja, so mehr oder weniger jedenfalls Ich bin so unglaublich leise Raschel, raschel, raschel Okay, ich kann dem nix tun Ich darf ihn nicht umbringen wie Batman Batman darf ihn mal umbringen Batman hat die coolsten Spielzeuge Nehmen wir halt den da Da muss ich nicht noch auf irgendjemanden achten Da muss ich nicht noch auf irgendjemanden achten Außer dem Freak, der an dem anderen fucking Regal langläuft Aber gut Dass die NPCs durch diese komischen Löcher durchschauen können Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht Äh Plus für die KI Minus für mich, wie immer Okay, machen wir das jetzt ein letztes Mal Einfach nur, weil es jetzt klappen wird Nicht, weil ich danach aufgebe oder so Und meine Tastatur esse Einfach nur, weil das jetzt funktionieren wird So einfach Ist auch niemand an die Decke schaut Ehrlich Die wissen, dass ich unterwegs bin hier Und dass ich sowas mache Und keiner schaut nach oben Warten wir mal die zwei da vorne noch ab Ja, das hättet ihr wohl gerne Dass ich mich noch mal so einfach erwischen lasse Uh, Lichteffekte da drüben Ähm Das sind alle die Chancen Next stop, die Sicherheitseite Ganz ehrlich, muss ich jetzt hier rein Hinter den direkt Ich habe die Chancen Next stop, öffne die Vault Nein Okay, ist ja gut Lass mich wieder an die Decke Nein, solange ich rede Darfst du nicht mit der Umwelt interagieren Nein, nein Auf gar keinen Fall Ist das hier der Was ist das? Was sind das für Was sagt mir das? Was sind das für Hinweise? Was ist das plötzlich? Was ist das für heute? Was ist das für heute, Selina? Du hast die Chancen Geh deinen Arsch in die Kontrollruppe Und öffne die Vault Das ist echt was, Selina Warum bist du so unfähig? Was sind denn diese blauen Dinge? Und wo ist denn dieser verdammte Kontrollroom, bitteschön? Das Ding ist es ja wohl nicht Da hinten darf ich nicht durch Ist es das, wo ich herkam? Was ist das vielleicht? Sind das meine eigenen Spuren? Ne, ich war doch hier drüben noch nie Oh Gott, ich bin so verwirrt Gehen wir mal hier rein So, das hier sieht doch sehr Kontrollrooming aus Gibt es hier vielleicht auch irgendwo da Was ist passiert? Niemand öffnet die Vault Ist das ein Drill? Wenn es ist, hat es niemand gesagt Hör auf, das Raum ist heiß Spread out and search for intruders No prisoners Move I don't like this You think it's Batman? I hope not We've got special orders for him With any luck It's just some Arkham scum Trying to get rich We're gonna have a little fun with them So, jetzt darf ich die ausschalten, gell? Jetzt ist es mir erlaubt Richtig Muss ich nur noch eine Stelle wählen Wo ich nicht sofort entdeckt werde Check your numbers Move it Das ist cool Echt wahr, beweg dich, du Einzelperson Target in sight Was? Erzähl doch keinen Unfug, bitte Target is lost Echt wahr, man So entdecken die mich plötzlich an der Decke Oder ist das denn? Und auch eben noch vollkommen unfähig Shit, 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 shit Total, make it our first target Protocol 10 will wipe both the Batman and the Joker from this earth Target is set Then let protocol 10 commence Understand? Commencing in 3 2 1 Protocoll 10 Nein, was ist passiert? Hab ich versagt? Wahrscheinlich hab ich versagt I need to concentrate on the vault I better clear the room of distractions first Kann da nicht lang gehen Ich muss jetzt alles ausscheiden Die ganzen namenlosen Wachen Looks like this kitten's got the cream Das ist natürlich ganz und gar unerfällig Der komische Teddybär da Oh nein, nicht so Pile Fiction mäßig Wir werden niemals herausfinden, was da drin ist Oh shit Na ja, haben und haben Ne? Noch mal zwei unterschiedliche Sachen Darüber unterhalten wir uns noch mal Was du jetzt tatsächlich hast und was nicht Aua Okay, es könnte gut sein Dass ich gehabt bin Will das mal jetzt nicht ausschließen Aufgrund meiner eigenen etwas miserablen Leistung an dieser Stelle Nein, 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 spring doch Ich hab doch gesagt, dass du springen sollst Oh Gott Go Catwoman Aua Aua Ich versage Holy hell Nein Nein Ich hab Catwoman nicht auf meinen Kampfstil abgegradet Der darauf basiert, dass ich so viel Schaden nehme Wie möglich Das ist ne Taktik, okay Das ist nicht einfach Unfähigkeiten. Nein, das ist meine absolut hammerarte Taktik. So komme ich da durch. Ja? Warum fliegt denn eigentlich das Geld hier so wahllos durch die Gegend? Kennen wir schon. Kennen wir schon. Weiter. Okay. Was? Guck mal, der hat ja sogar einen Kuss bekommen. Das ist doch gar nicht so wild. Oder? Kann mir doch jetzt keiner erzählen, dass das so grauenhaft sein soll. Alter. Du Schildpappnase gehst mir auf den Geist. Das gibt's überhaupt nicht. Wenn ich genau drüber nachdenke, geht ihr mir alle auf den Geist. Au. Alter. Okay. Diesmal kriege ich nicht mal einen einzigen runter. Nice. Au. Okay. Ah, ehrlich. Ich bin das gewohnt, mit Batman jetzt einfach schon locker mal das Doppelte auszuhalten. Und jetzt muss ich wieder so vorsichtig spielen. Wie soll ich mich denn hier an irgendwas gewöhnen und anpassen und irgendwie sinnvoll vorgehen? Ehrlich mal. Ei, 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 ei. Komm, Catwoman. Wir können jetzt nicht wir können jetzt nicht die starke Frauenrolle so schlecht spielen. Das geht nicht. Okay. Und jetzt schaut mal, ich darf hier noch gar nicht angreifen. Ich muss das jetzt echt noch voll abwarten. Batman will soon be dead. And now I have you too, Mrs. Kyle. Äh. Ach, die Angriffe sind einfach toll. Oh. Au. Nein, 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 nein. Gottverdammte Axt. Okay, Schild, Dude. Schluss jetzt. Naja, mehr oder weniger Schluss jetzt, dann seid ihr halt eben beide für mich unangreifbar. Okay, machen wir erstmal den Sack da, bevor der sich wieder den Schild schnappt. Und jetzt kümmern wir uns um die Partner. mal sehen. Prioritäten setzen. Das ist das Wichtige in einem verdammten Spiel. Das halte ich ja für eine Lübe. Wir machen den unschuldigen kleinen Sachen. Ist doch nicht okay, sowas. So, und jetzt soll ich aus Arkham City fliehen. Okay. Wieso habe ich so das Gefühl, dass das nicht klappen wird? Okay, wir müssen Catwoman jetzt noch eine Weile spielen. Das heißt, die kriegt jetzt wenigstens mal eine Combat-Armor-Upgrade. Es ist Batman, oder? Habe ich wirklich die Wahl oder nicht? Das interessiert mich jetzt. Weil wenn ich die Wahl habe, dann gehe ich einfach. Und bin gespannt, was dann passiert. Oder habe ich nur so eine Pseudo-Wahl? Das wüsste ich jetzt gerne. Okay. Okay. Moment, habe ich jetzt das Spiel beendet? Ehrlich? Was? Das ist nicht euer Ansatz. Es gibt keinen alternativen Weg, um jetzt noch mit Batman weiterzuspielen. Wirklich? Was? Okay, ich kann das hier auch jetzt gerade irgendwie nicht abbrechen, oder skipen, oder sonst was. Ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich check mal, ob... Nein, komm. Üالمverläuten wird, folgenden Drugsfilmm und die estarben Irr vom Tod ist schlimm. Es ist Drugsfilmm W dem Ich kann Pride озможно ihm des dem Ich will nicht mal einen Chief und dafür bekommen. Okay, alles klar. Das sind die Konsequenzen, wenn wir das nicht machen. Das heißt, beim nächsten Mal gehen wir in die richtige Richtung. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat. Like da lassen, wenn ihr was zu sagen habt. Kommentieren, wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Mach es gut, bis zum nächsten Mal. Was zur Hölle. Ciao.